Und weiter geht's jetzt hier mit einer neuen Folge im Castle Flipper. Heute schrubbern wir und putzen uns mal wieder fein raus und machen natürlich heute erstmal in der eigenen Butze weiter. Also ihr Lieben, legen wir los hier, gehen wir rein ins Game und gucken mal, wie es denn jetzt hier mit den eigenen vier Wänden aussieht. Wir hatten ja im letzten Video das Tutorial durchgemacht, die Basics und hatten da die erste kleine Baustelle, das erste kleine Castle oder Ford auf Vordermann gebracht und nun geht das weiter. Was für ein Durcheinander, bla bla bla, eure Aufgabe. Okay, legen wir los. Überall immer noch so ein paar Infos. Ähm, Press T. Ach Quatsch, Alter, mit einem Talentbaum oder was? Oder wie? Oder was? Das ist natürlich auch schon mal praktisch. Hept für kurze Zeit alle Abfälle und Schmutz in der Nähe hervor. Das ist natürlich schon praktisch. Inventar, Talentbaum, Aufgaben. Ja, können wir skillen? Also skillen wir es. Gibt ja gerade noch keine Auswahlmöglichkeiten. Drücke Z für den siebten Sinn, Alter. Wusch. Alter, der geht aber auch ewig weit. Okay. Also, grämmen wir hier erstmal alles. Legen wir los, geben wir Gas. Erstmal hier den ganzen Schmutz. Alles verschwinden lassen hier. Wenn das immer so gehen würde, ne? Du musst einfach nur immer alles angreifen, dann verschwindet es. Flipp, 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 flipp. Wäre doch praktisch, ne? Für die eigenen vier Wände, Alter. So. Oh, da ist Schmutz. Weg. Schmutz. Weg. Mega. So, jetzt müssen wir mal eben hier, äh... Was müssen wir denn hier machen? Zerstören? Zerstören müssen wir. Zerstören. Was ist hier? Putzen. Zerstören. Bam. Und putzen. Alter, haben die hier einen abgeschlachtet, oder wat? Sieht aus wie angetrocknetes Blut, ey. Schon ein bisschen eklig. Alter, was hier? Ne, warte mal. Soll ich die zerstören, meine Butze? Ne, ne? Ich könnte die zerstören. Zerstör das Haus. Alles klar? Bam. Bam. Bam, 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 bam. Alter, das geht aber schnell. Das geht aber schnell. Ich wollte gerade, ich wollte fast meinen, es geht fast zu schnell. Aber wenn ich mir überlege, man hat später vielleicht einen riesen Castle, was man da, ähm... neu einrichten muss. Ich glaube, dann ist das schon ganz praktisch, dass man nicht irgendwann genervt ist. Okay, ich muss gedrückt halten. Schön. Jetzt hier noch die Blutlachen wegputzen von der Erde. Schön geputzt. So, fehlt noch was? Schmutzflecken. So. Dry. Und dann haben wir, glaube ich, jetzt auch gleich wieder 100%. der letzte Schmutzfleck. Der letzte Schmutzfleck. Und nun? Jetzt haben wir quasi aus einem wunderschönen bebauten Land und ein Acker gemacht, Alter. Glorreich. Ah. Euer Königreich braucht euch. Freiwillige für das Errichten von Maschinen dringend gesucht. Oha, krass. Baut eine Bliede. Nein. Das ist ja geil. Attacke, ey. Wie kommen wir denn da hin jetzt? Annehmen. Oh, geil. Oh, das ist ja wild, ey. Fangen wir an mit den Basics hier. Okay, ich glaube, man fängt mit allem an, ne? Wir bauen halt mal unten. Versuchen wir halt mal so ein bisschen so zu bauen, als ob man das so bauen würde. Die Frage ist, wo kriege ich das ganze Holz her? Hier liegt eindeutig nicht so viel Holz rum. Ähm, okay. Da in der Ecke, ist irgendwo hier eine Säge oder sowas? Anscheinend muss man holzen. Oder muss ich hier was abreißen? Nebenbei noch mal ein bisschen putzen, Alter. Ist ja so, ne? Mein, mein Ding. Werte Aero Regus. Okay, vielen Dank für das, äh, möchte Dankbarkeit. Okay, was, was auch immer. Okay, man kann Sachen wegnehmen. Alles klar. Okay, viele, wahrscheinlich viele Bonus-Infos, ein bisschen zur Story oder so. Ui, war was Neues. Fackel. Um Licht ins Dunkel zu bringen, das ist gut. Und wir können auch noch putzen. Wird das denn hier bewertet? Baut eine Bliede. Ja. Legt Werkzeug in die Werkzeugkiste. Deswegen konnte ich es auch gerade aufheben. Okay. Und, äh, Schmutzflecken finden. Einen dicken Fetten hatte ich ja schon weggemacht. Und der andere, da. Direkt hier an der Wand. Dann haben wir den auch erledigt. Das ist schon ganz praktisch, dass das da oben immer angezeigt wird. Das geht auch schon mal ganz gut. So. Ist die Frage, wo haben wir denn... Kann ich das weglegen? So. Wo haben wir denn die Werkzeugkiste? Da haben wir die Werkzeugkiste, oder? Ja. Perfekt. Sammelt das Werkzeug und legt es da rein. Zack. Hier ist noch ein Hammer. Ist das Werkzeug? Das ist, glaube ich, Werkzeug. Eins, zwei, drei. Hammer. Hammer das auch. Und dann bauen wir nur noch die Bliede fertig. Und man kann auch direkt drei Stück nehmen, Alter. Man ist ja herkühl. Kann man schön Gas geben. Zack, zack, zack. Eins, zwei, drei. Zapp, zapp, zapp. Aber Licht anmachen wollen wir auch noch gleich. Mal eben kurz testen, wie das, wie das dann aussieht hier mit den Fackels. Ähm, Tab Fackel. Jo. Schick. So für die Stimmung, ne? Alter. Alter, und dann ballert das Ding da so raus, ey. Also ob so eine Bliede hier in so einem Burghof, ob das irgendwie sinnig ist? Ich weiß nicht, ja. Dann hast du da ja irgendwie Steine drin. Oder vielleicht so Steinschrott, so jede Menge, wenn da so feindliche Angreifer kommen. Kannst du das so da so in die... Ja! In die Masse reinballern. Ich bleib aber nochmal ganz kurz. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas versteckt. Ich hab nämlich noch gar nicht gesucht. Vielleicht ist ja noch irgendwo was versteckt. Irgendwo so eine kleine Schatztruhe mit so ein paar Diamonds. Mal eben mal absuchen hier, der wie. Unter dem Tannebaum? Naja, aber ist glaube ich nicht, ne? Kommt man irgendwo drauf? Oben ist auch nichts zu sehen. Hm. Vielleicht auch einfach nicht immer, oder? Das wäre natürlich gut zu wissen, wenn man sagen könnte, okay, auf jeder... In jeder Map... Auf jeder Map... ...gibt es irgendwie was... Mal so ein Fass Wein oder Bier hier? Auch nicht, ne? Ich glaube... Hier gibt es nichts. Schade, ey. Okay, haben wir das erledigt? Können wir das Ding betätigen? Ist schon geil, ne? Gibt auf... Es gibt auf YouTube auch so... So Nachbau... So Freaks, die das wirklich nachgebaut haben, so ein Teil. Und die Funktionsweise halt genau angeguckt haben. Und wie die Belastungen sind und so. Das ist schon krass. Vor allem musst du ja das Teil hier erstmal voll... Diese waren voll gefüllt hier oben mit Steinen und so auch. Als Gegengewicht. Und dann immer wieder runterkurbeln. Den Sermon. Hier fehlt die Kurbel links, rechts, ne? Krass. Okay, machen wir weiter. Gehen wir ab ins nächste. Weiter. Wie kann ich hier? Zurück zum Haus. Okay. Ja, perfekt. Und da sind wir wieder hier im eigenen Heim. Home sweet home. Derzeit keine Aufgaben. Ja, das ist ja wild. Was macht man denn dann? Bau ein kleines Haus. Cool. Baut euer eigenes Haus. Ich glaube, das kriegen wir doch noch hin hier. Fundament, Dächer, Türen. Belohnung 3000. Das ist ja geil. Man wird auch noch belohnt dafür, dass man ein Haus baut. Das machen wir. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit, um euer Königreich aufzubauen. Immerhin. Geht zu dem grünen Geist. Und befolgt die angezeigten Hinweise. Zu welchem Geist? In grün. Stand da geht zu dem grünen Geist? Oder habe ich was verkehrt gelesen? Okay. Okay, erstmal das Fundament hinmachen. Sollte man, glaube ich, hinkriegen, ne? Wobei ja die Art und Weise... Dann ist das 4. Doorframe. Dann kommt hier noch so ein Fensterding. Hier auch. Da auch. Ehrenhaft. Oh, jetzt Dach. Dach ist auf A5. Das ist natürlich jetzt schon vorgegeben, ne? Platzieren und drehen. Das heißt, ich könnte es... Ah, siehste. Ich kann es also auch verkehrt rum hinbauen. Sollten wir vielleicht lassen. Auf 6 ist Fenster. Okay, sind sofort alle Fenster? Nein. Ah, nee. Ich habe das dahinter gemacht. So. Und dann kommt noch die Tür da dran. Holz und Putz. Okay, das geht ein bisschen schnell. Auch, ne? Aber auch da wiederum, wenn man mal erst eine Riesenburg bauen will und nicht nur so eine kleine Hütte, kann ich mir vorstellen, dass man da nicht so Bock drauf hat, dass das drei Wochen dauert. Zack, zack. Ja, die Holzhütte steht. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob ich das schäbigste Haus im Dorf hätte. Oh. Ja, Mann. Möbel. Wie für Inventar. Ach, krass. Ach, krass. Das ist ein Ditte. Das hier ist es, glaube ich, ne? Ja. Das ist es. Dann brauchen wir ein paar Kisten. Ist das nur ein Platzhalter? Ich nehme einfach die. Und einen großen Schrank. Nehmen wir auch den... Boah, da kommt reicht der günstigste hier. Ist ja alles mein Geld, was da drauf geht, ey. Ja. Alles klar. Erfüllt. Ich bleibe da auch hier nochmal. Ich gucke mir das gerade nochmal eben an. Und zwar würde mich ja interessieren, ob wir das nicht auch... Putz. Mangel an Material. Okay, Stein auch nicht. Okay, keine Möglichkeit. Gut. Na gut. Kann man doch machen. Haben wir die erste kleine Butze erledigt. Fenster... Oh, schön. Fenster gehen auch so auf. Das ist doch... Schon ein ganz schickes Eigenheim hier. Ja. Kann man doch machen. Okay. Zack. Haben wir das. Zurück zum eigenen Haus. Und ich würde sagen, hier geht es dann bestimmt weiter, dass wir unsere eigene Butze jetzt endlich bauen können. Aber das natürlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. See you,